Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Laren, tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines T-Mog Guide Video präsentieren. Und zwar geht es aktuell um ein Event und da wollte ich euch zeigen, was es da Neues gibt, denn wir haben aktuell den großen Style Check. Der geht insgesamt vom 20. bis zum 26. März und während des großen Style Checks könnt ihr an einem kleinen Event teilnehmen, durch das ihr Marken erspielen könnt und mit den Marken könnt ihr wiederum quasi euch T-Mog Sachen kaufen. Aktuell gibt es wieder ein paar neue, also jetzt mit Patch 10, 2, 6 sind ein paar neue Sachen reingekommen und ich dachte mir, ich mache ein kleines Video für die Leute, die ebenfalls T-Mog am Sammeln sind und ja, dass ihr das Ganze nicht verpasst. Ich habe jetzt meinen Charakter auch deswegen schon ein bisschen ausgezogen, denn es sind ein paar Hemden dabei und sonst kann ich die schlecht zeigen, sonst sieht man die ein bisschen schlecht. Gut, ich bin jetzt hier in SW auf den Koordinaten 50, 60. In OG gibt es aber auch einen Transmogrifiziertypen und ja, wenn ihr dann ins Gebäude geht und der große Style Check ist, dann hat er hier verschiedene weitere Dialogoptionen. Und zwar könnt ihr einmal euch anmelden beim großen Style Check und ihr könnt einmal Gear kaufen und ja, es gibt einen Haufen Gear hier schon, wie ihr seht, von verschiedenen Seasons. Hier seht ihr Season 3, Season 4, also das sind nicht die WoW Seasons, die wir jetzt hier aus Dragonflight oder Shadowlands kennen, sondern das sind halt die Seasons von dem Style Check. Immer mal wieder war eine neue Season und alle Sachen, die von den alten Seasons sind, könnt ihr weiterhin kaufen. Ja, also die verschwinden nicht und es werden halt immer mehr Sachen. Viele sind halt auch quasi Rüstungsklassen gebunden, also da seht ihr, das sind jetzt hier die Plattenschars oder hier haben wir zum Beispiel die Kettenschars. Andere Items sind aber auch kosmetisch, die könnt ihr mit jedem einmal anlegen und ein paar sind natürlich auch mit Waffen, da müsst ihr halt die jeweilige Waffenart lernen können. Genau, ja und jetzt gibt es ein paar neue Sachen mit Patch 10, 1, nee 10, 2, 7, nee 10, 2, 6, so jetzt haben wir es aber richtig und das sind insgesamt 11 Stück, kosten alle 25 Marken, heißt wenn ihr euch alles kaufen wollt, dann braucht ihr 275 Marken und das gucken wir uns jetzt mal an. Also wir haben hier zum Beispiel ein Hemd, das habe ich mir alles auch schon gekauft, also das hier ist neu. Dann haben wir noch ein Hemd, dasselbe quasi in grün, also wirklich in grün tatsächlich. Dann haben wir hier das Ganze in Rott, wir können vielleicht auch einen Ticken näher ran an die Elfin, das ist am besten besser. Dann haben wir das Ganze nochmal in, ja ich würde sagen lila. Dann haben wir es in weiß, das sieht tatsächlich am besten aus. Dann haben wir es in komplett schwarz und jetzt haben wir noch ein paar extra Teile und zwar haben wir Handschuhe in braun. Ich weiß zwar jetzt nicht, wer kackbraune Handschuhe haben will, aber okay. Dann haben wir, das müsste ein Wappenrock sein, oder? Ja, da haben wir noch eine Hose dazu, die aber irgendwie ein bisschen vom Farbton, ich muss sagen, die weicht ein bisschen ab und dann haben wir noch so ein Schulterding. Also ich sage euch jetzt ehrlich, meine Farbe ist es nett, aber es sind halt mehr T-Mock-Teile für die Sammlung, also für das ist es gut. Wie gesagt, ihr braucht halt 250. Ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Marken zu farben, wenn dann, ihr meldet euch halt an und darin ist es halt so, wenn ihr euch angemeldet habt, dann habt ihr, glaube ich, zwei, drei Minuten, könnt ihr dann alles Mögliche transmogrifizieren, was ihr halt habt, ne? Und es wird halt immer ein Thema vorgegeben, zum Beispiel irgendwie Sommer-Thema vorgegeben, dann müsst ihr euch halt irgendein Outfit auswählen, was halt dem Thema entspricht und am Ende sind dann halt insgesamt sechs Leute drin, euch eingeschlossen und die anderen stimmen dann halt ab, wer das schönste Thema auch habt. Ihr müsst selber auch abstimmen und ja, umso mehr für euch abstimmen, also umso höher eure Platzierung ist, umso mehr Loot kriegt ihr. Der Loot sind immer nur die Marken, die ihr braucht, ne? Also es gibt einen epischen Kiste für den ersten, eine blaue für den zweiten, eine grüne und dann, glaube ich, noch für den drittplatzierten und dann gibt es nur noch für die weiteren drei, gibt es halt noch auch grüne und ihr kriegt eigentlich immer Marken, also ihr geht da nie leer aus, ihr kriegt halt mehr Marken, wenn ihr höhere Platzierung habt, ne? Ihr könnt es aber auch 100% AFK'n, also ihr könnt auch einfach anmelden und gar nichts machen die ganze Zeit und dann kriegt ihr halt irgendeine Kiste am Ende, wie die Leute bei euch abgestimmt haben. Ich habe auch schon beim AFK'n irgendwie gewonnen, obwohl ich gar nichts gethemockt habe. So ist es, also könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Man kann es auch, wenn man mehrere Accounts hat, auch mit mehreren Accounts theoretisch parallel machen. Man kann auch in einer Gruppe anmelden und für sich selber stimmen mit mehreren Accounts. Also ihr könnt alles mögliche cheesen oder ihr macht es halt einfach mit einem und spielt es normal. Das ist euch überlassen, ist ein ganz witziges Ding, aber wahrscheinlich wollen die meisten, wie ich, auch einfach nur die Marken farmen fürs T-Mocken. Die Marken sind übrigens auf 200 limitiert, heißt, wenn ihr schon mal fürs nächste Event ein paar vorfarmen wollt, könnt ihr nur 200 haben. Ihr könnt aber die Säcke im Inventar lassen, die Gewinnsäcke. Weil die sind, glaube ich, soweit ich weiß, quasi nicht einzigartig. Ihr könnt es auch auf allen möglichen Chars machen, auf mehreren und schon mal mit vielen Chars das vorstacken. Falls es euch jetzt gerade langweilig ist und ihr sagt, okay, es kommen eh wieder mehr Seasons und mehr Items, könnt ihr schon mal ein bisschen vorbereiten. Also hier seht ihr zum Beispiel, ist jetzt das Motto Himmelblau und jetzt geht er halt her zu so einem Transmogrifizierer und ja, transmoggt halt irgendwas, was Himmelblau ist, ja. Genau, oder ihr Elf Kates halt und riskiert halt die schlechtere Belohnung zu kriegen, aber ja, das muss jeder für sich selber wissen. Juti, das ist es eigentlich soweit zu dem kleinen Event. Das sollte eigentlich jetzt eher so ein Reminder sein, dass ihr es nicht verpasst in dem ganzen Patch-Gedönse. Das sind ja gerade dieses Sonder-WOW-Event am Start. Da kann man ja auch ein bisschen Zeit verbringen, nicht, dass ihr das Event verpasst habt. Gut, dann sind wir am Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.